Ich glaube, dass eine ganz essentielle Lehre jedes spirituellen Weges ist, Angst wahrzunehmen, aber tausendmal nicht auf sie zu antworten, sondern der Liebe zu folgen. Das heißt, die Lösung liegt nicht darin zu sagen, ich bin angstfrei im Sinne von, ich spüre sie gar nicht, sondern ich bin angstfrei im Sinne von, ich nehme sie wahr, aber es gibt in mir einen weiteren Raum, einen viel, viel größeren Raum, in dem ich jede Angst auflösen kann oder im Angesicht der Angst, dennoch stehen bleibe und weitergehe oder weiterliebe. Angst als verengende Frequenz kann in einem Feld von Liebe nicht existieren. Jetzt ist die Frage, wie kultivieren wir eine Form von Seinsliebe, jetzt nicht romantischer Liebe, die so hoch schwingt, dass Angststrukturen sich tatsächlich auffüllen. Viele Prüfungen, wo es darum geht, von Personal auf Transpersonal zu gehen, sind in der Tat, so wie von dir angesprochen, Angstprüfungen. Das heißt, die Menschen haben nicht, um sich gegenseitig zu ärgern, sondern um sich zu weiten, füreinander Angstprüfungen kreiert. Und wenn wir in einem Teaching arbeiten und der Lehrer ist gut, dann führt er uns irgendwann an ein Tor, dahinter ist der transpersonale Raum, dein weites Sein und du müsstest nur deiner tiefsten Angst ins Gesicht schauen, bevor du durchschreitest. Das Ding ist nur, kurz bevor die Menschen das machen, spüren sie das ja und haben quasi Angst vor der Angst. Der Punkt ist, wann gehen wir durch das Tor? Das heißt, wann machen wir einen Schritt? Und das ist ja nur ein äußeres Bild für einen inneren Vorgang. Das heißt, die Angstschwelle ist ja in uns. Das heißt, wir müssen lernen, uns selbst als Systeme zu begreifen. Und die Frage ist dann, wie moderieren wir unser System? Wir müssen lernen, uns im Imperfekten, im Unvollkommenen uns ganz anzunehmen. Und wenn wir das können, wenn wir sozusagen über diesen Energiekanal Licht und Liebe, Licht, Liebe, Gott einfließen lassen können in jede Lebenssituation, egal wie sie ist, dann tragen wir einen hohen Segen für uns selbst und für uns selbst. Das heißt, wir verlieren uns sehr stark in digitalen Werten, in Weltnachrichten, in diesem ganzen Zeugs. Und da jetzt die Stimme des Herzens täglich wahrzunehmen, das ist kein Given. Das ist etwas, was du dir wie viel freiräumen musst. Es gibt etwas, was die meisten Menschen nicht haben. Eine Ressource und das ist Zeit für sich selbst. Ich glaube, dass diese Zeiten, in denen wir leben im Moment, Extreme fördern. Politik ist alles extrem, die Wetterlage ist extrem, die Emotionen sind extrem. Es ist alles extrem aufgestellt. Und da jetzt irgendwie zentriert zu bleiben, ist nicht unbedingt einfach. Aber sehr, sehr sinnvoll. Der Verstand ist ein erleuchteter Diener, aber ein schlechter Herrscher. Also wenn das Herz das Kommando hat, dann gehen wir einen Weg, der uns in Freude gehen lässt, wenn der Verstand das Kommando hat. Machen wir eine andere Erfahrung. Freiheit heißt, die Wahl haben. Das heißt, Angstfreiheit heißt auch, die Wahl haben.